Hey, was geht? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind heute mit den sechs besten Running Backs im Draft 2020, oh, 2022 schon, meiner Meinung nach. Wir haben natürlich noch ein paar Honorable Mentions und so weiter, welche die es gerade nicht reingeschafft haben. Der Kommentar, der entschieden hat, dass wir heute Running Backs machen, hat mir eine richtig feste Reihenfolge vorgegeben von wegen, oh, mach mal das, dann das, dann das, dann das. Das mache ich nicht, das heißt, ihr könnt heute wieder gerne die Position fürs nächste Mal reinschreiben. Aber, ich habe es auf Twitter gesagt und ich sage es jetzt auch euch hier, ich glaube nicht, dass ich alle Positionen durchgehen werde, weil dafür die ersten beiden, die ich gemacht habe, einfach zu viel Aufwand waren für zu wenig Ergebnis. Das rechnet sich zeitmäßig nicht. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich sage, oh, ihr Undankbaren, ist voll in Ordnung, so wenn nicht viele Leute die Videos gucken, ist es wirklich voll in Ordnung. Ähm, aber dafür ist es zu viel Aufwand mit dem ganzen Grafik ausschneiden, scouten, dies, das, jenes. Deswegen habe ich jetzt in dem Video zum Beispiel auch schon die Grafiken weggelassen, sondern blende nur kurz Bilder ein. Ähm, genau. Nächste Sache ist, ähm, holt euch Holy, wenn ihr Bock drauf habt. Link ist in der Beschreibung, Code NGG, wenn ihr schon mal bestellt habt. Code NGG5, wenn ihr noch nie bestellt habt, dann kriegt ihr 5 Euro Rabatt. Morgen, 16 Uhr, wird der Shark Restock, der Strawberry Shark, der ist ja nach der Sorte hier, nach der Lions Lemonade, mein Lieblingsgeschmack und war, bis die rausgekommen ist, mein Lieblingsgeschmack. Ähm, wird also wieder nachgefüllt morgen und gleichzeitig gibt es auch eine Gigagallon, das heißt so ein richtig dickes Trinkgefäß. Müsstet ihr natürlich nicht für Holy benutzen. Manche Leute haben auch ein, so ein dickes, ähm, Gefäß zum Beispiel, füllen es morgens mit Wasser und sagen dann, okay, über den Tag muss ich jetzt dieses Gefäß hier austrinken, damit man ein bisschen Überblick hat. Also, wenn ihr Bock drauf habt, morgen kommt 16 Uhr in den Shop. Die Running Backs, die es gerade so nicht reingeschafft haben, ähm, die aber auch Potenzial haben, deutlich besser zu werden, als es jetzt vielleicht aussieht. Meiner Meinung nach in der NFL sind Kyle Williams von Notre Dame, Jason Corbin aus FSU, Jerrion Ely aus Ole Miss, Son of a Night aus NC State, Samir Spitzname, Zeus White aus Georgia und Jerome Ford aus Cincinnati. Alright, Running Back 5 auf meiner Liste ist James Cook aus Georgia, ist 5'11", 199 Pfund und rennt eine 4-4-2, ist damit 8 schnellster Running Back beim Combine gewesen. Äh, ich wurde auch übrigens gefragt, ob ich die Werte umrechnen kann auf deutsche Werte oder auf ein metrisches System. Ähm, theoretisch könnte ich das natürlich machen, ich meine, letztendlich könnte ich es auch selber machen, ähm, aber das Ding ist, dadurch, dass wir den Vergleich, ja, ich vergleiche ja die ganzen Spieler nicht mit mir oder mit meinem Vater oder mit Fabrice oder so. Das kann man zwischendurch mal machen, das ist ganz witzig, aber ich muss ja die Spieler vergleichen mit den anderen NFL-Spielern. Und dadurch, dass die ersten Werte, die uns geliefert werden, immer die amerikanischen sein werden, bleibe ich da einfach drin. Inzwischen, wenn du mir sagst, ein Running Back ist 1'83 groß, dann sage ich, da wüsste ich jetzt nicht mal mehr, äh, für Running Back-Verhältnisse ist es gut, ist es schlecht, keine Ahnung. Wenn du mir jetzt aber sagst, ein Running Back ist 5'11", dann sage ich, ah, okay, jetzt weiß ich Bescheid. Also für, für Football-Verhältnisse, und ich weiß nicht, ob es da vielen von euch auch so geht, vielleicht, habe ich inzwischen diese 5 neu, also Fuß und Inches und sowas, äh, und Pfund im Kopf, alles andere, müsste ich dann erst wieder quasi in die amerikanischen Einheiten umrechnen, um es mit den amerikanischen Werten, mit den amerikanischen Spielern zu vergleichen. Deswegen lasse ich das erstmal so, wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich einfach googeln und dann wird es euch umgerechnet. So, auf jeden Fall, von der Größe her echt stabil, Gewicht könnte ein bisschen mehr sein, denke in der NFL wird es auch ein bisschen mehr werden. Deswegen, ähm, hat bei Georgia, er ist dieses Jahr wirklich viele Snaps gesehen, äh, vorher waren auch immer schon so Gerüchte im Raum, so von wegen, ah, vielleicht hat er keinen Bock drauf, vielleicht will er irgendwo ein Lead Back sein und Transfer, hat er nicht gemacht. Hat sich dieses jetzt, äh, dieses Jahr jetzt mit Samuel White wirklich die, die Curries geteilt, aber auch ein bisschen mehr, ähm, übernommen, ne? Vorher war immer so ein Change of Paceback, jemand, der dann beim Dritten reinkommt, wo du weißt, okay, der rennt sowieso auf eine Route, hm, ähm, ähm, und dieses Jahr hat er ein bisschen mehr gemacht. Das ist natürlich der Bruder von Delvin Cook, der bei Florida State war, jetzt bei den Vikings ist, einer der besten Running Backs der NFL, äh, im Laufstil ist es ähnlich, aber er läuft mit deutlich weniger Wucht, mit deutlich weniger Power, ähm, und, und ist natürlich auch nicht der Running Back, der Delvin Cook war, ne? Denn ansonsten, also jetzt inzwischen ist es halt auch schon ein bisschen albern, dass Delvin Cook in die zweite Runde gefallen ist, aber selbst als er da rauskam, da waren ja noch Character Concerns und was weiß ich, selbst da wusste man schon, dass Delvin Cook ein deutlich besserer Running Back wird. Ähm, und James Cook hat Potenzial, aber der wird halt vermutlich nicht dieses Gesamtpaket werden, was Delvin Cook ist, der wird vermutlich kein, ähm, Every Down Back sein, ne? Ähm, denn gerade in Pass Protection sehe ich dicke Probleme bei ihm, ähm, versucht häufig zu cutten und trifft dabei aber auch häufig nicht, was ein bisschen ein Problem sein kann, ähm, denn wenn du versuchst zu cutten und dabei nicht triffst, dann liegst du halt auf dem Boden und der andere läuft weiter, das ist schwer. Ist ein sehr, sehr guter Receiving Back, ähm, und im Open Field ist er eventuell von den Running Backs, die ich euch heute vorstelle, der beste, äh, das heißt Open Field Tackles auf ihm sehr, sehr schwer. Der, auch wenn du vorher schon weißt, der wird dich höchstwahrscheinlich nicht umrennen, das ist absolut nicht sein Stil, aber der, der hat so viele Moves und der macht die so effortless, der verliert dabei so wenig Geschwindigkeit, das ist wirklich brutal, das heißt, dem musst du den Ball irgendwie geben in Open Field, dem musst du seine Lücken geben, das ist jetzt kein Powerback, der wird nicht viele Tackles brechen. Ich denke, irgendein Zone Scheme wird ihm vermutlich am besten zu Gesicht stehen in der NFL, ähm, aber der, der wird vielseitig einsetzbar sein, ähm, wie gesagt, wenn er, oder wenn er bei einem Team landet, was sehr viel Wert liegt auf Pass Protection, dann muss er da auf jeden Fall dran arbeiten und dann wird da der Athletic Staff vermutlich auch dran arbeiten, dass er zunimmt. Ähm, aber ich denke, insgesamt kann der ein sehr guter Running Back 2 sein in der NFL oder irgendwo ein durchschnittlicher bis vielleicht ein bisschen unterdurchschnittlicher Running Back 1. Ich weiß nicht, ob er der absolute Star Running Back wird und auch da, ich werde es vermutlich noch mehrfach sagen heute im Video, es ist für mich ehrlich keine wirklich gute Running Back Class. Nächster Running Back Nummer 5 auf meiner Liste ist Damien Piers aus Florida, 5,9 und ein bisschen und 218 Pfund, also ihr seht schon, ähm, ein bisschen mehr als 1 Inch, so 1,5 Inches kleiner als James Cook, jetzt wollte ich Delvin Cook wieder sagen, James Cook, und deutlich schwerer, ähm, ist eine 4,5,9 gelaufen, 21 beste Zeit beim Combine, also irgendwo in der Mitte, ist jetzt nicht irgendwie für sein Speed bekannt, ähm, aber wenn man sich das schon anguckt, 5,9 und ein bisschen und 218, dann weiß man, okay, der ist also deutlich kompakter und stabiler gebaut als ein James Cook. Ähm, das nächste, was man sich bei Running Backs immer anguckt, ich glaube, wer MJD kennt, Maurice Jones Drew, der war Running Back bei den Jaguars und ist jetzt NFL Network, Korrespondent, ne, Korrespondent ist das falsche Wort, egal, auf jeden Fall ist er da, ähm, und der legt immer extrem viel Wert drauf, dass Running Backs, ne, wie sagt man das, ne dicke untere Hälfte haben, das ist super schwer zu sagen, aber ihr kennt es auch manchmal, wenn, 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 große Leute, ähm, wenn, 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 wenn Von der Genetik her sieht es aus, weil komplette Diskopumpe hat. So super schmale Beine, aber dann richtig muskulösen Oberkörper. Für Running Backs ist es halt wichtig und das ist mehreren oder verschiedenen Leuten, das ist unterschiedlich wichtig natürlich. Aber ich würde schon sagen, vielen, vielen Leuten ist es sehr wichtig, dass sie halt einen sehr stabilen Unterkörper haben. Das heißt, stabile Beine, Hintern, alles was, womit du halt rennst und womit du vor allem auch durchtacklst, durchrennst, womit du dich weiter nach vorne treibst, sowas. Und das ist Damien Pierce. Der ist quasi genauso gebaut, wie du gebaut sein solltest als Running Back. Ist auch nicht zu klein mit der Größe, würde ich sagen, für die NFL. Das geht auf jeden Fall klar. Das, was mir ein bisschen zu denken gibt, ist, dass er nicht mehr eingesetzt wurde bei Florida. Und da gibt es jetzt zwei Anhaltspunkte. Denn wenn man sich sein Tape anguckt und was er gemacht hat mit den Chancen, die er gekriegt hat, das war wirklich gut so. Er ist in Pass-Proser auf jeden Fall da gewesen. Die haben den als Vorblocker benutzt häufig, sowohl für einen anderen Running Back als auch für einen Quarterback. Gerade letztes Jahr sind die sehr viel Power gelaufen mit einem Quarterback oder selbst Ross mit einem Quarterback, wo er dann der Vorblocker war. Das hat er gut gemacht. Zwischen den Tackles läuft er super. Hat nicht viel gefangen, aber die Dinger, die er gefangen hat, waren sicher. Football IQ ist da, wenn er irgendwo merkt, okay, er ist hinter dem Quarterback, dass er den Ball noch zugepitcht bekommen kann, dass er dann nicht auf einmal nach vorne rennt, um irgendwen zu blocken, sondern dass er weiß, okay, ich muss mich hier ein bisschen weiter nach außen stretchen für den Pitch. So was, das ist alles da. Florida hat ihn wirklich, wirklich wenig eingesetzt. So selbst dieses Jahr und die Jahre davor einen auch. Und da fragt man sich, warum? Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie eben schon angeteased. Die eine Möglichkeit ist, wir sehen irgendwas nicht, was die im Training gesehen haben. Was man jetzt, wo man sagt, okay, deswegen haben sie ihn nicht häufiger eingesetzt. Vielleicht. Ist komplette Spekulation. Ich habe da keine Gerüchte gehört oder so, das wäre wirklich nur eine Möglichkeit. Vielleicht war er im Training immer am Fumblen. Und nur zufällig in den Spielen hat er nicht gefumbelt. Und deswegen haben wir das nicht so mitgekriegt. Oder, was weiß ich, im Training hat er immer die Pässe gedroppt und im Spiel dann auf einmal nicht. Also das wäre die eine Möglichkeit, dass die ganzen Florida-Coaches quasi irgendwas wissen, was wir nicht wissen. Die andere Möglichkeit ist einfach, die Florida-Coaches haben das ein bisschen verhauen. Und haben ihn einfach zu wenig eingesetzt. Das ist die meiner Meinung nach wahrscheinlichere Möglichkeit. Ich denke, Damien Pierce hat sehr, sehr hohes Ceiling. Ich denke, der kann Star-Running-Back sein. Aber ich denke auch, dass er irgendwo untergehen kann. Gerade wenn er irgendwo verschachtelt wird als Running-Back 2. Hat keinen Scheme, wo er meiner Meinung nach reinpasst. Kann hin, wo er will. Obwohl vielleicht hier irgendwas Power-Run-mäßiges geiler wäre als ein Zone-Run. Kann er aber, wie gesagt, auch. Also da sehe ich keine Limitation. Limitation? Limitierung? Ihr wisst, was ich meine. Keine Grenzen. Ja, und ich denke, kann ein guter Running-Back sein. Vermutlich zusammen mit James Cook irgendwo Ende Tag 2, Anfang Tag 3. Also irgendwas in der dritten Runde, denke ich. Nächster Spieler Nummer 4 auf meiner Liste ist Isaiah Spiller aus Texas A&M. 6 und ein bisschen Fußgroß. 2,17. Und ist eine 4,6,3 gelaufen. Allerdings bei seinem Pro-Day. Eine 4,6,3 ist schon echt, echt langsam. Und ich bin nicht unbedingt deswegen niedriger auf ihm als viele anderen. Ich glaube, Daniel Jeremiah hat ihn als dritten Running-Back. Bucky Brooks habe ich gerade vergessen. Und ich glaube sogar, wenn ich da jetzt nicht komplett am Trippen bin, dass das Draft-Network ihn als Running-Back 1 hat sogar. Ich bin nicht so hoch auf Isaiah Spiller. Er läuft meiner Meinung nach ein bisschen zu aufrecht. Und das, was mich am allermeisten stört bei ihm, das kriegt man zwar aus manchen Running-Backs raus, aus anderen aber nicht. Und das ist jetzt ein bisschen albern, dass ich das sage. Weil ich bin halt selber genauso. Aber ich mache es halt auf einem viel niedrigeren Level. Und ich spiele noch nicht so lange Running-Back. Und ich will vor allem nicht in die NFL. Deswegen kann ich es kritisieren, auch wenn ich es selber nicht gut mache. Er versucht halt immer noch mal einen Cut zu finden. Und das ist ein Ding, was wirklich so albern es klingt, ein Trait ist für NFL-Running-Backs. Du musst wissen, wenn quasi das Play nicht so wirklich funktioniert, und dann musst du deine 2 Yards nehmen. 2 Yards klingt nicht viel, aber 2 Yards ist besser, als wenn du bei minus 2 Yards anfängst, einen Side-Cut, einen Jump-Cut zu machen. Und auf einmal stehen da 3 Leute und dann bist du bei minus 2. Und das ist was, was er auf jeden Fall noch lernen muss. Ansonsten, die Speed macht mir ein bisschen Sorgen, weil es leider auf Tape bestätigt wird. Also er rennt da nicht vor vielen schnellen Defendern weg, sondern lässt sich eher von denen catchen. Ist jetzt auch kein großes Problem, gerade für jemanden, der dein Every Down Back sein soll, den brauchst du nicht für unbedingt die allergeilsten Home Runs und sowas. Wäre natürlich cool, wenn er es kann so, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. 4, 6 ist aber auch für heutige Zeiten, gerade ihr wisst, wie schnell die alle beim Combine laufen und sowas, ist super langsam. Das Ding ist aber auch, er ist beim Combine nicht gelaufen, sondern dann erst beim Pro Day. Könnte jetzt ein Grund sein, dass man sagt, okay, er ist vielleicht nicht so schnell und wollte deswegen beim Combine nicht laufen, weil er da gerade den Vergleich mit allen anderen Running Back direkt an dem Tag hat. Und beim Pro Day wird er jetzt eher nicht so direkt verglichen. Viele von euch werden vermutlich nicht mal mitgekriegt haben, dass er gelaufen ist und wie langsam seine Zeit war und sowas. Was aber auch merkwürdig ist, Entschuldigung, ist, dass bei dem Texas A&M Pro Day alle sehr, sehr langsam gelaufen sind. Auch ein Jalen Weidermeyer zum Beispiel, der ein sehr hoher Tidant ist, Entschuldigung, ich habe Schluck auf, der ist eine 5 irgendwas gelaufen. Der ist über 5 Sekunden gelaufen. Das gibt es heutzutage eigentlich gar nicht mehr für Top-Tidants. Deswegen eventuell war da irgendwas komisch bei dem Pro Day. Ich wüsste nicht was. Vielleicht ist Texas A&M auch einfach nur ein ziemlich langsames Team, aber eventuell ist da was im Wasser. So, Isaiah Spiller auf jeden Fall ist normalerweise geduldig, wenn er das Play entwickeln lässt. Teilweise cuttet er aber auch aus keinem Grund einfach. Selbst wenn theoretisch was da wäre, denkt er sich, ah, Backside, wuff, und rennt da hin. Und manchmal funktioniert es, obwohl die Lücke auch da gewesen wäre. Und dann weiß man quasi nicht, okay, wie gut hätte jetzt das richtige Play funktioniert sozusagen. Und das ist was, was mir wirklich zu denken gibt. Denn es ist halt auch wirklich einfacher, je niedriger das Level ist, diesen Cutback zu nehmen. Das heißt, in der Highschool sieht man ja häufig irgendwelche Videos, wie gerade so diese Top-Athleten, diese super schnellen, was weiß ich, einen Jalen Waddle oder sowas. Der hat einen Ball, sieht dann, oh nee, hier ist alles zu, und rennt dann eine Ultrakurve hinten rum und zur anderen Seite und ist durch. Einfach weil er zehnmal schneller ist als alle anderen. Dann im College ist es schon ein bisschen schwieriger, sowas zu machen. Und das nennt man Field-Reversing. Das heißt, wenn du auf die andere Seite vom Feld rennst, wo du eigentlich gar nichts zu suchen hast. Aber es geht immer noch. Aber in der NFL sind einfach alle schnell. Und das funktioniert dann irgendwann nicht mehr. Deswegen, wenn ihr euch die Highlight-Plays, die 100 Top-Plays der Saison anguckt oder so, da sind dann vielleicht zwei oder so Plays drin, wo es mal geklappt hat. Und ansonsten ist es immer zu. Und deswegen ist Running Back, der solche Tendenzen hat, gefährlich in der NFL. Und das müssen die rauskriegen aus ihm. Das in Kombination, mit der nicht ganz so hohen Endgeschwindigkeit, in Kombination mit dem teilweise zu aufrecht Rennen. Und dass er in Pass Pro nicht der Beste ist, meiner Meinung nach. Deswegen nur auf vier. Mein Nummer drei Running Back ist Kenneth Walker aus Michigan State. 5'9", 211 Pfund. Ist eine 4'3'8 gelaufen, damit viel schnellster Running Back beim Combine, was natürlich sausauschnell ist, was man auch letztes Jahr auf dem Tape sieht. Wer sich gewundert hat, wo kommt der auf einmal her? Weil der hat erst dieses Jahr wirklich abgerissen. Der war bei Wake Forest am Anfang seiner College-Karriere und ist dann getransfert zu Michigan State und hat da erst wirklich abreißen können. Also absolut die richtige Entscheidung. Im Nachhinein, er hat gesagt, bei Wake Forest hat er das Gefühl, dass er nicht alles zeigen kann. Was auch irgendwo logisch ist, weil Wake Forest ein sehr spezifisches System spielt. und natürlich insgesamt als College auch nicht so gut ist wie, oder zumindest historisch betrachtet, wie Michigan State. Oder historisch betrachtet, klingt immer so wie tausend Jahre zurück, aber über die letzten, sagen wir mal, zehn Jahre oder sowas. Kenneth Walker auf jeden Fall. Super, super schnell. Verhältnismäßig klein. Ist der kleinste Running Back auf der Liste heute hier. Ein bisschen kleiner sogar noch als Damien Pierce, den wir vorhin hatten. Aber ist jetzt auch nicht irgendwie winzig oder sowas. Wir haben auch 5'8 Running Backs in der NFL. Also 5'9 ist in Ordnung, aber ist auf jeden Fall auf der kleineren Seite. Dafür 211 Pfund, aber wirklich stabil. Hat sehr, sehr guten Burst. Das heißt, die Beschleunigung ist auf jeden Fall da, egal in welche Richtung. Das heißt, wenn er von einem Cut kommt und dann nach links raus will, dann hat er die Beschleunigung oder wenn er einfach aus dem Stehen nach vorne will oder aus dem Langsamen, aus dem Hesitation, was auch immer nach vorne will, hat die Beschleunigung auf jeden Fall drin. Cuts sind gut. Vision ist da. Ist nicht so außergewöhnlich, wie sie meiner Meinung nach dargestellt wird häufig. guckt euch mal zum Beispiel, war das das Michigan-Spiel? Ich glaube, das war das Michigan-Spiel. Guckt euch mal einfach nur die Highlights von ihm an, vom Michigan-Spiel. Oder guckt euch sogar jeden Snap von ihm an, vom Michigan-Spiel. Dafür müsstet ihr bei YouTube gucken, Kenneth Walker vs. Michigan. Und dann kriegt ihr vermutlich ein Video, obwohl das habe ich ja geguckt. Natürlich, ihr kriegt ein Video, wo dann alle seine Snaps drin sind. Egal, ob ihr den Ball kriegt, egal, ob ihr nicht den Ball kriegt, was auch immer. Und der eine Touchdown von ihm, da würde ich zum Beispiel sagen, ist die Vision ein bisschen questionable, weil er einfach in seinen O-Liner reinrennt und dann merkt, oh, Dreck, hier geht es nicht weiter. Und dann prallt er ein bisschen ab und dann sieht er halt links die riesige Lücke und rennt da durch. Die war vorher schon da. Das heißt, am Ende ist es ein Pluspunkt, weil Speed, weil Touchdown, weil gut, aber wie ist man da hingekommen, ist das Fragezeichen. Nächste Sache ist der andere Home Run. Ich glaube, das war sogar auch gegen Michigan. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe vier, fünf Spiele von ihm geguckt, halt mit diesem, also nur seine Snaps. Und ich bin der Meinung, das war beides im gleichen Spiel. Und ich bin der Meinung, das war beides gegen Michigan. Da hat er einen Lauf über rechts. Und das ist dann am Ende sogar ein 60-Jahr-Lauf oder irgend sowas. Und der ist komplett untouched. Also das war einfach nur sehr, sehr gut geblockt. Und das war jetzt auch nichts mit Vision oder sowas. Er ist halt genau da lang gelaufen, wo er langlaufen sollte, wie das Play designt war. Ja, man muss natürlich Speed erwähnen. Man muss auch erwähnen, dass es nicht so geil verteidigt war. Aber ich finde, teilweise ist seine Vision ein bisschen overblown. Einfach ein bisschen zu übertrieben von wegen, oh, kranke Vision, dadada. Was wirklich richtig gut ist bei ihm, das Contact Balance. Das heißt, es ist selten, dass er beim ersten Hit runtergeht oder so. Gerade wenn jemand nicht richtig tacklet, sondern einfach sich so gefühlt, von der Seite in ihn reinschmeißt. Da macht er so einen kleinen Ausweichschritt zur Seite und rennt weiter. Also das ist auf jeden Fall sehr gut. Pass Protection ist so lala. Muss auch definitiv verbessert werden, wenn er eine prominente Rolle haben will in der NFL. Und Receiving hat er nicht so viel machen müssen. Weder bei Wake noch bei Michigan State. Und bei Michigan State war es halt wirklich so entweder ein Screen oder ansonsten ist auch sehr viele Swings gelaufen. Und das ist jetzt nicht die krasseste Route. Da rennst du letztendlich einfach nur nach außen, drehst dich um, guckst, ob der Ball kommt oder nicht. Und wenn der Ball kam, dann hat er ihn auch meistens gefangen. Aber da ist jetzt auch wieder die Frage, was ich nicht genau beurteilen kann, weil Michigan State ja auch relativ neuen Coach hat und so weiter. Ist es wegen Kenneth Walker oder ist es wegen des Schemes von Michigan State? Denn es kann natürlich sein, dass Michigan State einfach sagt, ey, wir wollen unseren Running Back da haben. Wir wollen ihn immer hinten haben als Checkdown oder wir laufen Screens mit ihm oder wir haben ihn drin in Pass Pro. Es könnte aber auch sein, dass Michigan State eigentlich sagt, ah, wir hätten halt schon gerne ein bisschen mehr eleganteres Zeug mit unserem Running Back im Passing Game. Aber Kenneth Walker ist dafür jetzt nicht so gemacht und deswegen lassen wir den mal hinten. Könnte beides passieren, das heißt, da müssen wir auf jeden Fall gucken, wie er sich entwickelt in der NFL. Und solange wie weder seine Pass Pro besser wird, noch seine Receiving Options mehr da sind, als man sie gesehen hat im College, ist er vermutlich für mich ein First and Second Down Back und danach müsste jemand anderes rauf. Und das ist halt nicht so gut, wenn du hochgedraftet werden möchtest. Deswegen für mich dritter Running Back. Mein Nummer zwei Running Back ist Brian Robinson Jr. aus Alabama. 6'1 und ein bisschen und 225 Pfund, damit unser schwerster Running Back heute ist eine 4'5'3 gelaufen. Beim Combine damit 16. Running Back. Aber eine 4'5 ist immer noch stabil. Mehr will ich gar nicht unbedingt. Klar, wenn du einen Running Back in 4'4'ern haben kannst, geil. Wenn du einen in 4'3'ern haben kannst, auch cool. Aber 4'5 ist voll in Ordnung für mich, gerade für diesen Typ Running Back mit dem Gewicht und der Größe. Denn wie gesagt, ist unser größter Running Back heute, ist unser schwerster Running Back und der läuft auch so. Der hat definitiv Power. Ist jetzt natürlich nicht auf dem Derrick Henry Level oder irgend sowas. Aber der hat Power. Er weiß, dass er Power hat. Und was, was ich vor allem gesehen habe, was ihm aber in vielen anderen Scouting-Berichten nicht so zugesprochen wird. Deswegen weiß ich nicht, ob das vielleicht ein Fehler von mir ist. Aber ich finde, er hat durchaus Burst. Das heißt, wenn er irgendwo hinkommt und dann eine Lücke sieht, dann ist er da meiner Meinung nach schnell durch und hat eine gute Beschleunigung. Aber viele haben gesagt, er braucht ein bisschen, um auf seine Geschwindigkeit zu kommen. Wo ich mir jetzt aber halt nicht so sicher bin. Weil das ist manchmal so eine Sache, die man bei größeren Leuten generell unterstellt. Dass man sagt, okay, die haben keine so krasse Beschleunigung, sondern die brauchen ein bisschen mehr, um auf die Geschwindigkeit zu kommen. Was halt auch irgendwo logisch ist, selbst bei richtig schnellen Leuten. Wenn ihr damals die Rennen von Usain Bolt geguckt habt zum Beispiel. Der hatte häufig keinen besonders geilen Start und keine besonders geile Beschleunigung. Sondern der hatte immer erstmal so, was weiß ich, seine 30, 40 Meter gebraucht, um auf Speed zu kommen. Und dann war er halt aber auf Maximalspeed und ist dann allen vorbei. Während dann so ein, keine Ahnung, Tyson Gay oder irgendwas, der war halt super schnell raus und war auf den ersten 40 Meter erstmal und dann zwei Schritte vor ihm. Und hatte dann aber nicht so die Top Speed. Und das, also wie gesagt, das ist ein fairer Kritikpunkt bei größeren Leuten. Aber manchmal ist es meiner Meinung nach ein bisschen zu billig einfach draufgeklatscht, von wegen, oh, du bist groß, schlechte Beschleunigung. Obwohl es manchmal nicht stimmt. Und für die Größe hat er meiner Meinung nach eine sehr gute Beschleunigung. Al, Top Speed ist nicht so krass, aber ist definitiv genug. Wirst selten einen Moment sehen, wo er beim ersten Tackle down geht. Selbst wenn ein, zwei Leute kommen, der rennt immer noch seine zwei, drei Harts nach vorne. Mindestens, wenn er nicht sogar das Tackle komplett bricht. Arm Tackles, ciao, keine Chance bei dem. Und was vor allem, was dafür gesorgt hat, dass er am Ende auf zwei angekommen ist bei mir. Sehr gute Pass Protection. Als Receiver nicht so viel gemacht, aber capable, also fähig, so ähnlich wie jetzt ein Kenneth Walker, sage ich mal, ich weiß nicht genau, woran es liegt, dass er so wenig gemacht hat. Aber vor allem, das, was ich vorhin kritisiert habe bei Isaiah Spiller, dass er häufig versucht, den Cut zu nehmen und versucht, immer den Homerun zu suchen, statt die Arzt mitzunehmen, wenn ein Playbroke ist und so, das ist nicht der Fall bei Brian Robinson. Das ist das, was er richtig gut macht. Und das erwartet man aber eigentlich in der Regel auch von Alabama Running Backs, weil die halt sehr gut gecoacht sind und weil Nick Saban vermutlich, keine Ahnung, einem Holzpaddel jagt oder sowas, wenn man sowas falsch macht. Wenn nicht wirklich viel da ist bei dem Play, dann nimmt er seine drei Yards, bombt sich nochmal nach vorne irgendwie und fertig. So, nächstes Play. Statt dann irgendwie am besten noch Cup, also ein Step nach hinten zu machen, dann zur Seite und dann, oh, Dreck, hier ist auch alles zu und dann zwei Yards verloren zu haben oder sowas. Das heißt, er hat meiner Meinung nach ein sehr gutes Gespür und in dem fällt dann auch sehr gute Vision. Zu wissen, wann ist ein Play da, wann ist ein Play nicht da, wann muss ich einfach meine schmerzhaften wenigen Yards nehmen, die ich kriegen kann und wann kann ich versuchen, ein Cutback zu bringen. Denn es ist jetzt auch nicht so, dass er nie ein Cutback nimmt, hat er auch gemacht. Gerade gegen Cincinnati zum Beispiel, die hat er komplett überrannt. Hat ein bisschen auch was mit der Defense von Cincinnati zu tun, wir haben uns ein bisschen naiv verteidigt. Aber ja, Brian Robinson für mich ein sehr, sehr guter Running Back Prospect. Der wird vermutlich kein Überstar, der wird vermutlich nie auf irgendwelchen Top 5, Top 10 Running Back Listen zu sehen sein, obwohl Top 10 vielleicht. Aber ich glaube, der kann über viele Jahre ein sehr, sehr guter Starter sein für irgendein Team. Und halt auch jemand, auf den du dich bei jedem Down verlassen kannst. Jemand, der noch nicht extrem viel gelaufen ist im College. Weil überleg mal die ganzen Leute, Damien Harrison, Najee Harrison, selbst Josh Jacobs, als der da war, war Brian Robinson schon da. Die waren alle vor ihm. So, der ist nicht weggetransfert, hat er jetzt im letzten Jahr wirklich die Chance gekriegt, der Running Back zu sein. Hat gezeigt, was er zeigen kann. Was er zeigen kann? Hat gezeigt, was er reißen kann. Und dementsprechend, wie gesagt, noch nicht so viel Kontakt, noch nicht so viele Verletzungen, noch nicht so viel gerannt. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Also der wird noch viel Spaß haben in der NFL, glaube ich. So, mein Nummer 1 Running Back ist Breeze Halls, Iowa State. 5, 11, 2, 17. Also auch sehr gutes Verhältnis. Und das ist eine 4, 3, 9 gerannt. Also damit 6 schnellster Running Back beim Combine gewesen. Fast genauso schnell wie ein Kenneth Walker. Und der war 4 schnellster. Also, hm, eine Hundertstel ist da der Unterschied. So, Breeze Hall ist für manche Leute der Favorit. Ich glaube, Daniel Jeremiah hat ihn auf 1 auch. Ich weiß nicht, ob Pro Football Focus ihn oder Isaiah Spiller auf 1 hat. Die beiden verwechsel ich manchmal von den Bildern her einfach. Aber ich weiß zum Beispiel, dass er beim Draft Network irgendwo 4., 5., 6. Running Back ist oder sowas. Also selbst er ist jetzt nicht so diese unangefochtene Nummer 1. Was auch, wie gesagt, damit zu tun hat, dass wir dieses Jahr keinen absoluten Star Running Back haben. Er ist aber das nächste an einem Star Running Back. Das heißt, wenn ich sagen müsste, einer von den Running Backs, die dieses Jahr gedraftet werden, wer wird davon am Ende am wahrscheinlichsten Rookie of the Year werden, dann würde ich sagen, Breeze Hall. Das Ding ist, die Geschwindigkeit klingt cool. Es ist eine 4, 3 gelaufen. Eine 4, 3, 9. Also fast glatt eine 4, 4. Aber das sieht man jetzt gar nicht so unbedingt auf Tape. Also ich hätte nie und nimmer gesagt, dass er irgendwie Probleme hat mit Speed. Aber ich hätte auch nicht gesagt von, oh, der ist unglaublich schnell und der rennt allen weg oder sowas. Es ist schon oft, wenn er im Open Field ist, dass er einen guten Winkel nimmt und dann ist er durch. Aber es ist, wie gesagt, es ist jetzt nicht ein absolutes Speedmonster, wo man das direkt sieht, wenn man ihn rennen sieht, von wegen, whoops, ja, der ist anders. Aber mit dem Gewicht ist die Geschwindigkeit halt nochmal cooler, sage ich mal. Denn es ist halt auch nochmal ein bisschen mehr drauf als bei Kenneth Walker. Natürlich auch ein Ticken größer, aber wie gesagt, er wiegt auch nochmal ein Stückchen mehr. Passpro ist gut. Teilweise, ich glaube, das hat, ach, wer hat das gesagt, ich komme aber durcheinander, meine ganzen Sachen nicht lese. Ich glaube, das war auch Daniel Jeremiah, der meinte, der ist manchmal ein bisschen langsam bei Blitzen. Da hatte ich das Gefühl, in ein, zwei Spielen ja, in anderen Spielen überhaupt nicht. Also vielleicht ist es einfach so ein bisschen eine mentale Sache gewesen, ein bisschen, dass er einfach unkonzentriert war bei manchen Spielen, wer weiß. Zwischen den Tackles, sehr guter Runner, sehr geduldig, bis die Lücke da ist. Auch außen kann er gut laufen. Wurde mehr eingesetzt als die letzten beiden, über die wir geredet haben im Passing Game, als Receiver und hat da auch zeigen können, dass er da definitiv fähig ist. Also das ist sogar einer, den du meiner Meinung nach irgendwo mal in Slot stellen kannst oder so, einfach für ein Matchup auf dem Linebacker und ihm dann eine Choice-Route gibst, also wo er mehrere Optionen hat, was zu machen, wo du quasi vor dem Play sehr sicher weißt, okay, wenn die ihn nicht doppeln, dann werfe ich zu dem. So, also da ist er auf jeden Fall fähig. Wie gesagt, Pass Pro hatte ich schon drüber geredet, Ball ist sicher, kann Home Runs hitten, ist meiner Meinung nach auch keiner von denen, die die ganze Zeit einen Cutback nehmen, a la Isaiah Spiller oder Kenneth Walker vor allem. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei Kenneth Walker überhaupt erwähnt habe, aber der sucht auch ganz, ganz häufig den Cutback und nimmt nicht das, was einfach da ist. Großer Kritikpunkt, ich glaube, das habe ich vergessen zu sagen, Dreck. Egal, für die, die jetzt noch da sind, ihr wisst, und das sehe ich bei Breece Hall gar nicht. Also deswegen, der ist sehr stabil, der hat für mich den Floor von einem Brian Robinson und weiß genau, was er zu tun hat, ist stabil, ein Pass Pro, guter Receiver, kann also alle drei Downs drauf bleiben und hat gleichzeitig Ceiling von einem Isaiah Spiller und einem Kenneth Walker zum Beispiel. Und deswegen für mich relativ eindeutig der beste Running Back in der Draft Class. Keine Grafik heute, aber ich sage es euch nochmal schnell, von 6 bis 1. Wir haben James Cook aus Georgia auf 6, Damian Pierce aus Florida auf 5, Isaiah Spiller aus Texas A&M auf 4, Kenneth Walker aus Michigan State auf 3, Brian Robinson Jr. aus Alabama auf 2 und Breece Hall aus Iowa State auf 1. Alles klar, ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr aber nicht mich freuen, falls dann liked ihr das. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.